Der Albtraum der Kindheit Und es wird noch schlimmer Eines Tages wirst du aufwachen Und alles ist vorbei Deine schöne Haut Entfaltig und verknittert Du verlierst dein Haar Deine Augen Dein Gedächtnis Dein Blut wird dick Deine Zähne werden gelb und wackelig Du beginnst zu stinken Und zu furzen Und all deine Freunde werden gut sein Gebeugt sein von Arthritis Magina pectoris Altersschwachsinn Du wirst dich bepissen Dich vollscheißen Aus dem Mund sabbern Du kannst nur beten, dass du dann, wenn das passiert, jemanden hast, den ich lieb Did ich da nicht I'll be there No's you right And you'll see me Just call my name Ich bin Anastasia von Domriole. Ich bin eine emotionale Person, die sehr schlagfertig ist und ich führe diesen Haufen hier an. Ich bin Antonius von Karstein, Schützer und Freund von der bezaubernden Anastasia. Ich bin Azumi von Domriole, die kleine Schwester von Anastasia. Und ich verdrehe Männern gern den Kopf. Ich bin Heli, Erblitz und rechtmäßiger Thronfolger meines Vaters Mephis. Ich bin Daemon von Wargrey und ich bin Angst, Hass und Gewalt. Ich bin Aktorius von Wargrey, der Stiefbruder von Helion und der erste Mensch, der in Amberwolf verwandelt wurde. Der Stiefbruder von Helion und der erste Mensch! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020